Die Ständige Impfkommission empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch Impfungen mit dem Biontech-Vakzin gegen das Coronavirus. In einer aktualisierten Impfempfehlung begründete die STIKO dies mit einer neuen Datenlage zu Impfungen. Demnach wurden bei Jüngeren bei Verwendung des Moderna-Impfstoffs häufiger Herzmuskelentzündungen festgestellt als beim Impfstoff von Biontech und Pfizer. Außerdem soll Schwangeren nun nur noch der Biontech-Impfstoff verabreicht werden, unabhängig vom Alter. Die Empfehlungen gelten außer für die Grundimmunisierung auch für Auffrischungsimpfungen. Das heißt, mit Moderna Geimpfte unter 30 sollten eine weitere Impfung mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer erhalten.